und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft aber diesmal nicht master bilder sondern speed bilder mit dem reiner zuvor wir müssen sachen schnell nachbauen die uns gleich angezeigt werden ich verkack's ich bin komplett raus gerade ja aber von der zeit her ist es eng ja ich habe es komplett verkackt zeitlich nie und immer hingekriegt ich bin irgendwie komplett durcheinander gekommen 58 ja raus du? nein ja ne der neben mir hat noch weniger der ist niedrig ich habe es zeitlich kein stück jump 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 und ok Das ist relativ greif man musste sich halt nur das in der mitte merken zwischen uns beiden ich weiß wie weit hinten war das jetzt scheiße kacke Ich hab mich verhauen Oh, Glück gehabt Oh, du hast eins zu weit hinten gesetzt Ja, das auch Und ich hab mich komplett verhauen mit der Farbe Ja, aber ich meine, dadurch, dass du halt eins weiterhauen müsstest du null haben Ja, hab ich auch Und ich hab mich dann auch noch mit der Farbe verhauen Ich dachte dunkel Also ich dachte hell in der Mitte und dunkel oh Dann guck ich euch jetzt weiter zu Dunkel, hell, dunkel, schwarz Wo ist denn im Reiner? Da Dunkel Hell Dunkel Äh, dunkel Fuck So muss es sein Irgendwie hab ich das Die Person ist halt kacke gerade richtig Ähm Ja Die anderen sehen anders aus Aber du wirst, wenn es passt von der Farbe, wirst du weiterkommen Weil welche haben da noch weniger Ähm, TKD fällt raus Oh, ich hab's komplett verkackt Äh, meins ist falsch Null Ich hab sogar noch an die falsche Stelle gesetzt Scheiße Ups Ja, das hat nicht so ganz geklappt Ups Dann kommentieren wir weiter den Rest Puh, das ist ja viel zu leicht, das hätt ich auch gekonnt Aber da kannst du dich auch mal schnell verhauen, ne? Ja Obwohl es da ja in der Mitte ziemlich gut mit dem Boden gezeigt wird Hm, der eine macht's schon falsch Weißt du, was ich meine? Ja, der eine macht's hier trotzdem falsch Gerade TKD Stimmt Baut die Mauren in die falsche Richtung Und der ist nicht sehr, sehr viel Zeit, ja Ja, aber klar, Dingsdamus Ja gut, der ist raus Oh, der baut's wieder falsch Wir sind nur rausgeflogen, weil wir's an den falschen Ort gepackt hatten Ja, ich würde sagen, sich aber auch falsch besetzt Das ist aber auch nicht so, also es ist relativ einfach, ne? Ja Du musst nur richtig platzieren Du musst nur wissen, wo der Mund war Eigentlich Dieser Flavado oder sowas, der ist echt gut Der kann das Der spielt das öfters Das klingt eher wie Trovado Hat man eigentlich immer gleich viel Zeit für die Bilder? Ich glaub, das wird weniger Hab ich das Gefühl jedenfalls manchmal Jetzt interessant zwischen den beiden Äh, sie hat ein bisschen zu hoch gebaut Aber beide haben's auch unterschiedlich platziert Einer von den beiden hat's falsch platziert Ähm, richtig Der Rechter Also Happy Happy hat's falsch platziert Ich weiß nicht, in welche Richtung Ja, genau, richtig Der müsste genau in der Mitte gewesen sein, ne? Genau Hier der Dinkel sagt aber ich auch auf der anderen Seite Oh Ah, so eine Hähnchenkeule Ich denk' man mag Wenn man, äh, es auch immer wieder macht Da kommen auch immer dieselben Sachen Wahrscheinlich Kann man da in die Mitte rein? Oh, man kann unten in den Tempel rein Uh, man kann unten in den Tempel rein Uh, ist das interessant? Oh Oh Ja, ne, Ding schafft das Ja, gut Ja Ist noch lange nicht soweit Naja, gut Ich hab nur auf Clavado geachtet Und er war sich inzwischen durch unsicher Wie es jetzt weiter ging Mhm Ach, hier Du bist hier in so einem Fischartigen Lins Nein Hier seh ich aber mal den Typen in der Mitte Weil Martin hat sich da in der Mitte hin zu stehen Stimmt Ist das? Ha Bleib cool, bleib cool Oh Gott Ach du heilige Scheiße Drei 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 Einer Okay Ach scheiße, schon daneben der sitzt Um Nicht? Irgendwas passt hier bei mir Hä, irgendwas passt bei mir nicht Scheiße, die Flüge hab ich ein zuvor gesetzt Glaube ich Hauptsache ich bin erstmal runtergefallen Bei einer Komme ich irgendwie wieder hoch? Gleich Drei Aber 93% hatte ich Ja, aber der eine Die Flüge Muiten Muten Mnute Ah, in die Richtung Äh Scheiße wie weit war der jetzt auseinander ich hab nicht auf die arme geachtet ich auch nicht ich bin zeitlich oder ich 41 da war noch einer der nehmen wir noch schlechter wohl ich auch ich hab erst in schwarz angefangen weiß rot orange alles gut oh Gott weiß rot orange kann es sein dass die farbe in der richtigen freien folge sind ja scheiße nein meine farben sind nicht ich hab nicht in vollfahrung hat 84 sollte vielleicht reichen reicht ja ich hab dadurch dass ich die drei steine vergessen habe ich die farben völlig falsch also ok 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 ich glaub das einzige wort man hier mit haben kann ist das an der richtigen stelle zu setzen ja erster ja gut ich mach mir meistens dann so wenn sowas ist dort gucke ich dann schon auf den block wo ich den ersten block hin platzieren will damit ich die ja ein bisschen zu weit gemacht 100% ja WALLO KURCH POCH E7G Ach du Scheiße. Scheiße, welcher war der was? So. So. Ach, ja. Deswegen ist es easy. Wo stand der Villager? Hey, ich kann gerade den Villager auswählen. Doch, er ist im Inventar. Hey, keine 100%? Da habe ich was mit den Türen verwechselt. Scheiße. Da muss ich irgendwas mit den Türen verwechselt haben. Oder der Villager steht falsch. Der Villager steht bei mir auf dem Türen falsch. Ja, ich habe den Villager... Die 50? Was habe ich denn alles falsch gemacht? Ja? Ich habe die Türen richtig... Ich habe nur den Villager falsch gesetzt. Hä? Dadurch habe ich 78 gehabt. Ich habe doch alles genau gleich gesetzt. Halt mal die Klappe, ey. Halt mal die Klappe, ey. Guck mal die Klappe. Guck mal die Klappe... Halt mal die Klappe. Wollen wir die Klappe? Halt mal die Klappe. Halt mal die Klappe. hah. Ah! Ist ein bisschen versetzt. Ja, stimmt. Gut, dann bin ich raus. 76 war ich das? Ne, ne? Ne, ne, die anderen sind fertig. Achso. Naja, Dritter! Stimmt. Ist ein bisschen versetzt. Also wenn ich zwei kacke dann richtig... Aber hast du eben so viele Blöcke falsch gesetzt gehabt, oder? Ich versteh's nicht, keine Ahnung. Eigentlich waren die in der selben Stände. Okay. Die Übenpresse, ganz klar. Eindeutig. Was, was man machen muss? Stell dich mal über ein Feld und... Also flieg über so'n Feld und höre dann auf zu fliegen lassen. Bomben. Bomben. Ähm... Ja, gut. Ich glaub wir haben unser Glöckner. Jo. Oh. Na, cool. Danke! Das sieht gar nicht creepy aus. Nee, gar nicht. Das sind sehr creepy. Oh Gott, alle stehen sie dort. Außer ich, ich steh hier rum. Ich bleibt schon mal einfach. Ich bin, 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 ich bin. Vielen Dank.